Das ist ein Zirkel unserer Barmähäuser. Ich frage mal. Das ist ein Zirkel unserer Barmähuser. Das ist ein Zirkel unserer Barmähuser. Und das war der Anfang vom Spiel. Und jetzt wurde ein Tor der Gegenmannschaft vom Rostocker HC erzielt. Das war ein super Anspiel durch Luisa Hacker, doch leider führte es zu keinem Tor. Und die grünen Weißen haben den Ball zum zweiten Angriff. Oh, das war über die Latte. Und die grünen Weißen haben den Ball zum zweiten Angriff. Und die grünen Weißen haben den Ball zum zweiten Angriff. Und unser Torwart Wiebke Dätchen hält. Das erste Tor ist gefallen für den SV Grün-Weiß-Swerin. Und grün-weiß hat den Ball zurückerobert. Und der Ballverlust für die grünen Weißen. Und wiebke Dätchen hält den Ball. Mehr an den Ball gehen als lang in der Luft. Und wiebke hält erneut den Ball. Und jetzt, und ein Foul. Und die Elf kriegt ein Siebmeter. Und der Rostocker HC hat eine Zwei-Minuten-Strafe bekommen. Und grün-weiß hat den Ball zurückerobert. Marina Froth hat den Ball und Tor. 2 zu 1 für den grünen Weißen Schwerin. Fehlpass von Luisa Hacker und Rostock hat den Ball zurück. Und wiebke Dätchen hat den Ball gehalten. Und die Nummer 7 hat daneben geworfen von grün-weiß. Und wiebke Dätchen hat den Ball gehalten. Und ein Vor- und ein Schmerz.